ja hi und willkommen mein name ist an die olp und ich will grüße euch zum let's play savers bettel von tor 2 wir spielen ein paar gefechte weil ich muss noch immer ein paar typen töten ja ganz schnell da der muss ich machen bricht luke teil 1 30 freundliche soldaten besiegen geile beschreibung dann kriege ich eine kosmetik ist der rohr kosmetik 12 kids wird aber noch okay ein paar das genug klingt so als würde ich das noch gerade so schaffen wir haben neun blaster außerdem noch bekommen und ich glaube ein paar credits oder irgendetwas anderes noch ich glaube von der credits und neuen blaster ist mal ausprobieren okay ich habe nicht meine wahl irgendwie zu wechseln aber diesen ganz erst im ganz alten battle von 1 fand ich in dem battle von 2 man irgendwie weil ich nicht zehn gegner oder irgendwie so was erledigt hat hat man diese waffe in die kurzzeit freigeschaltet glaube ich und die fand ich richtig gut ich glaube die hat man auf ein leben oder so freigeschaltet irgendwie soweit was aber ich würde mal sagen wir spielen mal kurz eine andere einheit weil ich nehme an 50 kills mit angriff bedeutet dann dafür schwere klasse und offizier und speziale einheit hier auch so eine besonderen erfolg gibt und auch neue waffen land eventuell also versuchen wir mal direkt noch 50 gegner hier mit zu erledigen ich weiß wie weit ich damit schon bin aber wird schon mal ich glaube kill assist zählen auch weil ich glaube nicht so viele kids sind wie im letzten part gesammelt habe da habe ich dachte ich weiß nicht das war so weit von den gegnern ich dachte bei einem rebelle gegner sind voll im vorteil gegenüber von denen merke ich meine ich warum öffnet sich die tür nicht wenn ich auf die zu wo wir sind mehr gegner hallo da da war sehr gut gibt es überhaupt ein chat ja irgendwie sehe ich niemanden schütten ja irgendwie gibt es die kanal aber irgendwie im bell von zwei damals schon ein bisschen mehr los dem schritt wenn er von 1 von 1 habe ich viel online gespielt damals wenn er von zwei fand ich ein bisschen schwieriger wenn er von 1 hat richtig bock gemacht schon wieder der glaube der hat genau den gleichen spielstil wie ich da habe ich mich auch in den tod zu stürzen obwohl letzt mal ich mich selber ein getrutscht ich sehe die rebellen als nichts leichter als das die spiele spiel wie ein junger gott im moment da ist wo geht alter wenn wir sie die gegner grottig schon glaube ich echter fall ist wenn ich mir deren kids angucken und unsere ok ja mach es nur einfacher meinen dings ja meine meilensteine und all das holen geil wenn ich nicht gerade gegen pros spiele bin ich sogar halbwegs gut warte aber mit der zoom empfindlichkeit hier der maus empfindlichkeit zu tun nicht geändert haben im letzten part kann er auch sein weil ich kann aber wie gut ich bin braun weißer schießt nicht auf wo man gerade ist noch nicht fällig in sein schild natürlich nicht gewesen werden ja ich möchte in dem team bleiben irgendwie okay deren erstplatzierte hat doch schon punkte böbel oh gott wenn ich nicht gerade gegen über pros spiele sieht so halbwegs anders aus ja thema die gemacht haben wir sind trotzdem volle möhren gewinnen vielleicht den meinten stein bekommen schweres training egal noch gute arbeit cool jetzt alle meint steine pass auf ja war da auch mit speziale da wird schwierig verarbeit brustart na komm mach mal jemand den letzten platz 152 1 ich glaube die dinge so ich mir später ja obwohl ich möchte nicht aus diesem team mir raus scheint kann ich mich hier sehr gut ich spiele durchs spiel hey da bin ich müsste dann die euro in fünf platzierte tatsächlich ja okay wenn das spiel sagt ruhe das ist natürlich wieder vorher aktuelle ding wenn sie gegner hat schwer klasse besiegen hey da ist wieder was anderes ja okay ja okay wir sind für starter kiste oder sowas na gut machen wir eben weiter mit schwere klasse wo soll man jemand anderen daneben spezialist zum beispiel naja das macht manchmal schwere als fette klasse start als schwer da komm ich bin auch bei mir ich weiß noch nicht ob ich ganz bei mir bin ich bin auch bei mir bleibst du hier wir haben dir die flucht geschlagen so da war der stolp haben wir schon gewohnt aber war also wir alle gerade das ist einfach nicht explodiert der mond angeheult hat gehört doch schön schön wenn wir gewinnen und ich halbwegs gut spielen ich bin erst platziert im moment hallo so arbeiten entweder habe ich das beste team aller zeiten ja an meiner seite oder bekämpft gegen halbwegs schlechtes team oder ich bin ein halbwegs gut ich versuchte mit einer granate und auch das ist schon familie ja bin jetzt stärker als jemals zuvor dreck ich wollte nachladen da war einer von uns gewesen so geil feuer schon jetzt habe ich vier so irgendwie hat gefühl ich hätte mehr getötet viel action wie jetzt hier am start war na verdammt ich habe vergessen mich wieder angefangen habe aufzunehmen nicht schießen sind fast tot ja also jetzt mich bist du eigentlich bescheuert was geht auch mein gott ehrlich wie es hat passiert ja ich mache jetzt langsame internet verknüpft läuft doch halbwegs gut hier jetzt will ich noch schlechter spielen was ist ja mein ding nicht und schild wieder ist nicht feuerlich probiert da gestorben also der kontakt kann hat wie kann ich in den schild abfreien die wieso ein flummi einfach ich mache es war dieser flammenwerfer schon da stellt warte okay jetzt komme ich nicht auf die liste glaube ich du bist du oh mein gott ist auch für mehr vertreten hier nicht daune bestimmt die ganze zeit der gleiche ich habe mich darauf geachtet bisher naja naja ist naja wird funktionieren boom 3 ich glaube noch ein mädchen das war jetzt mal aufgenommen habe ich angefangen aufzunehmen weil ich noch noch ein mitsch geht war toben paul doch erst platziert er gibt mir mit hilfe noch schwerer kels 20 kels bräuchte noch kein ding wo soll ich noch mal mit sich das hier krieg und krieg eine neue waffe wegen multiplayer karte ist das acht als diese eine waffe nicht gerade ausgerüstet haben oder hat hier autokühlung für was weiß ich schwere truppler medaille ja sind einige sachen in reichweite arbeiten wir doch mal direkt darauf hin sieben kels brauche ich der einwaffe ja 45 10 k fbm b für wahrlich militärische bestien zehn karat was weiß ich gut nicht gut langsam sicher werden wir immer besser in dem spiel haben mehr erfahrungen in stärker wie er sich gehört habe ich schon mal je hier gespielt ich glaube nicht doch klar nur an tag da habe ich hier habe ich mit einem offizier war meine schütze aufgestellt da seid ihr noch nicht dreck kann schauen ehrlich gehört ja ich glaube die schwere klasse ist mehr so meine klasse dem schild und so ist echt schwer leute zu sehen weiß nicht wieder in der aufnahme ich glaube in aufnahme geht eigentlich aber wenn ich hier gerade aufnehmen kennt doch diesen effekt wenn man irgendwie irgendwo drin ist in dem spiel und dann dann geht man irgendwo da draußen dann ist ja irgendwie der lichteffekt so richtig extrem oder umgekehrt wenn man von licht irgendwie irgendwo rein geht und ist ja extrem dunkel ich sehe dann fast gar nichts wenn ich hier spiele ich sehe schon jetzt hier kommt ganzes wagen der granate auf mich geworfen da habe ich nur ein kill bis ab 3 ok ok das ist ne ich nehme an die zählen auch als kills im sinne von hier so viele kills mit schwere schwere einheit ja da habe ich eigentlich den kampf mit ihnen gesucht er hat mich schon voll zermöbelt ja ist die flammenwerfer ach die typen ja warum nicht obwohl jetzt eigentlich blöd ich werde allerdings bekommen wir neue wappen und so du oder doch er hat vollgebracht geil ja keine ahnung die charaktere will ich eher spielen wenn ich die einheiten charaktere die einheiten will ich lieber spielen wenn ich irgendwie diese gesundheit fähigkeit hier maximiert habe ich glaube die haben auch so eine dann sind irgendwie ein bisschen noch haltsamer doch da haben wo wieso ist warum weiß wer was aber meiner wurde die granate hat so ein ding ja schon gefragt mein gott hat der dicke schiff alter da oben ist einer da habe ich sogar getroffen haben die romsage voll ist unter bei der musik die kick gerade richtig rein wo ist er noch hier ist er noch hier da war nach mann ich wollte den dämpfer verpassen was hat nicht so funktioniert das ist halbe truppen kapazität gott sind wir kurz hoch ein danke ganz vollgebracht so mich weil man sprichst du mit mir mit mir mit mir mir oder man da oben ist immer noch ein war wieder der über das imperium und so hat jemand eine granate geworfen da oben so schon tot typisch rebell von stecken sie in den bischen da mein links bekomme ich heute nicht mehr die sieben kills oder sieben kennst habe ich überhaupt nicht alles ding glaube ich ich gehe jetzt nicht den einen hinterher rennen jemand anders eine tausend punkte ja schwinden da sind schüsse also ausschüsse war 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 ich war einfach danach noch ein paar laufen hin noch eine schlacht glaube ich was sage ich obwohl ich habe ja eigentlich gerade schon was freigeschalten und ja auch abholen mal schauen mit dem gefecht gefecht fieber war dann geben wir noch ein paar kills er lief die ganze zeit auf die ihr studiert du hast es direkt hier hatten der ausgehalten auf einmal aber nicht mal ein schuss und da bin ich schon gleich mit bang da bin ich da war ich doch gerade glaube ich mal sehen was das ding drauf hat man und war nachladen ich habe das ding freigeschaltet in der letzten sekunde noch gut ja cool zwei dinger freigeschaltet wenn man zwei kisten wo nicht zwei kisten aber autokühlung cool ich glaube schon lang genug der park stimmt mal schauen wahrscheinlich eventuell an gleichweise hat die zeitverbindungen wohl abgebrochen ich kann meine belohnung nicht abholen aus irgendeinem ich habe das jetzt jeden einzelnen schritt den ich online gemacht habe ja aufgenommen kann ich dachte ich gemacht habe ohne aufzunehmen wirklich gerade unter zwei einsatz ziel auf einer multiplayer karte abschließen super noch mehr sachen muss ich machen so wenn die mir jetzt automatisch mal wenn ich die freischalte ausgezahlt wir müssen sie doch immer hier so annehmen okay weil ich den luftruppen wahrscheinlich wieder nicht doch hier kürzere zeit mehr maximal gesundheit so schwer zwei meyer da hatte ich noch vorher schon 10 grad zielbogen ja er sagt schon wieder hier nicht hat er schon wieder ja nicht angenommen oder wir sind hier trainingseinheit autokühlung für dingens hat nicht schon vorher das war da gehe ich verstehe ich habe die apper dings hier bekommen per nach vorbestellung und so wenn folgt der muss ja auch noch muss ja auch noch freigeschaltet werden okay gut dann holen wir uns die kisten erst mal ja schwere starter kiste erfahrt vom weiß weiß grünen mobiles wachgeschütz wenn das macht mit erhöhter bewegt und reduzierten schaden dem reaktion beim wechsel den geschütz modus okay ich darauf habe ich mal irgendwann selber hier gekauft kisten könnte ich mir eigentlich auch noch kaufen gleich sag mal was das hier ist kosmet wahrscheinlich nur eine geste oder irgendwie sowas ne zwei dinge ja geil ich könnte mir jetzt zwei kisten glaube ich holen eine oder ich könnte mir die beiden hier holen und ich bin mir zwei sternen ja genau also kriegen die publikat weiß natürlich der sternen ja wenn du ein gegner verkauft verfahrer ausschalte ich das kann schon vergessen der gang nam style da habe er fehlen da hat sie weg und herrscht und zu da kommen wir noch mal stern ja ich war immer für bomber immer mal bomber sache nur vier sachen primärwaffen ja da hätte ich doch gerne mehr waffen schaden der raumjäger geholt der kampfkommando vernichten der die umverbindung der nähe kurzzeitig umbegrenzte waffenkühlung gewährt und was das riesen part in der nächsten folge keine ahnung wenn wir uns glauben dass ihr kommande innerhalb von sechs tagen gemachten fünf einsatz hier auf einer multiplayer karte ab wie dann nicht noch eine kosmetik ist keine okay da wenn ich aber irgendwie schaffen jedenfalls ich bin die part hier wir sehen uns in der nächsten folge wieder gut abonnieren kommentieren und liken und alles gute zeug und wir sehen uns ja nächste folge dankeschön fürs zuschauen bye bye